willkommen zurück bei einer weiteren folge von the elder scrolls 5 skyrim in der letzten folge haben wir hier nach ganz vielen büchern den dialog mit farngar heimlich feuer okay angefangen und er möchte dass wir was für ihn besorgen und wir fragen jetzt mal was wir denn überhaupt tun müssen wohin soll ich gehen und was soll ich holen was hat das mit den drachen zu tun sagt mal was ich tun soll ja wir kürzen das mal ab und pass mal auf mein freund sagt was du willst dann holt ihr brennt darauf euer abenteuer zu beginnen na klar wunderbar je früher ihr anfang desto eher ist es erledigt nicht wahr absolut ich habe von einer steintafel erfahren die im ölsturzvögelgrab liegen soll einem drachenstein mit einer karte verschiedener drachengrafstätten die tafel liegt vermutlich in der hauptkammer des ölsturzvögelgrabes geht dorthin findet die tafel und bringt sie mir ganz einfach okay meint ihr diesen alten stein zufällig waren wir ja da schon der drachenstein aus dem ölsturzvögelgrab ihr habt ihn schon gefunden ihr seid wirklich aus einem anderen holz geschnitzt als die rohlinge die der jahr mir sonst schickt ja krieg ich jetzt was dafür das müsst ihr mit dem jahr klären oder mit seinem vogt aber nikki einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen alles klar mein freund du bist ja also du bist ja also zu fein mir irgendwas hier zu geben so truhe durchsuchen hier 17 gold perfekt kann man hier reingucken stehlen von schrank ein drache ist ganz in der nähe gesichtet worden ihr solltet auch kommen ja ja ich komme sofort ich an eurer stelle würde das ein wenig ernster nehmen wenn ein drache weißlauf angreift können wir ihn vielleicht nicht aufhalten dann mal los okay wir folgen denen gleich ich würde gerne hier mal kurz speichern und da vorne seht ihr schon wieder ganz viele neue bücher und da gehen wir auch noch mal kurz rein und zwar aus folgendem grund ich würde nämlich hier gerne alles mitnehmen was nicht nied und nagelfest ist wie zum beispiel diesen geldbeutel so wir lesen noch mal ein paar bücher in der hoffnung dass er vielleicht ein quest drin ist oder sonst irgendwas also bibliotheken sind auch echt interessant so die letzte folge gegen 36 minuten ich versuche diese folge ein bisschen kürzer zu halten schauen wir mal erst mal hier uns ein bisschen weiter bilden kommen wir leider nicht drum herum müssen wir tun wir wollen ja nicht um sperren deshalb lesen wir hier mal jedes buch durch wie ich schon immer gesagt ich blätter durch wer das lesen will mag das gerne tun und auf pause machen bei den verschiedenen seiten ich blätter einfach nur ich bin ja schnell und querleser von daher habe ich alles im blick hier schon wieder so ein buch mit endlos vielen seiten wenn man die schrift ein bisschen kleiner gemacht hätte dann hätte man durchaus sehr viel papier sparen können aber gut so das war es mit dem buch dann kommen wir hier mal verlorene legenden himmelsrand himmelsrand hieß er so verlorene legenden hier so jetzt haben wir nämlich hier oben links karte aktualisiert und ein quest bekommen erforsche die legende von gaul dur und das ist einer der gründe warum man die bücher alle lesen sollte da sind halt einfach quest und die uns auch zwangsläufig hin und wieder zu einem neuen drachen schrei führen von daher wirklich mein rat lest alle bücher in skyrim lesen bildet das ist nicht nur im realen leben so sondern auch bei skyrim so hier oben haben wir eins töten oder getötet werden das klingt total spannend gucken wir mal das war es da auch schon wieder so haben hier noch eine handvoll bücher klick 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 auch das war ein kurzes buch das freut mich sehr die dritte ära eine kurze chronologie die das letzte jahr des ersten zeitalters eine kurze trilogie chronologie gucken wir mal wie kurz sie wirklich ist schon zu ende das war ja wirklich relativ kurz manche bücher scheinen wir hier auch im game noch nicht wirklich fertig geschrieben zu sein zumindest sehen sie dicker aus als sie dann in wirklichkeit finde das schwert das roten adler ist schon wieder ein quest das ist auch super ist das gleich mal in unser quest lock gucken wir müssen ja nicht zwangsläufig immer direkt der haupt questlinie folgen die ja mit dem auftauchen des drachens in helden quasi begonnen hat und sich jetzt dann wie ein roter faden durch das spiel durchzieht es gibt so unendlich viele nebenquests hier die auch sehr lustig gemacht sind sehr spannend sind sehr viel kampf und sowas zur folge haben von daher macht es durchaus sind die ganzen nebenquests auch mitzumachen das kann man nicht anders sagen so das vorletzte buch hier in diesem raum gucken wir doch mal und das letzte buch und schon wieder ein quest erkundet die ruinen von ihr wisst schon die berühmten ruinen von wer kennt sie nicht die berühmten ruinen so das ist auch super perfekt das war's dann mit den büchern hier so hiervon dürfen wir nichts mitnehmen stehlen 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 mein momentan werden wir unbemerkt naja hier haben wir akana verzauberer pass auf da können wir mal gerade dran gehen und ja das wissen wir entzaubern und hier ein paar sachen entzaubern dann können wir nämlich diese sachen die wir da entzaubern quasi die zaubersprüche die da drauf sind quasi für unsere eigenen gegenstände nehmen soja den gegenstand möchten wir natürlich zerstören verzauberung verbessert auf 16 perfekt so ok und dann haben wir gleich auch level das ist auch schön perfekt so level ab jawohl level ab so jetzt können wir quasi gegenstände verzaubern und zwar können wir mal gucken schießkunst verstärken so das wollen wir werden wir machen mal gegenstand goldene hals kette wo sich denn hier was wir anhaben schießkunst verstärken jawohl wollen wir ja so wähle einen gegenstand also wenn ein gegenstand leichter elfenhelm so pass auf verzaubern schießkunst verstärken herstellen ach so wir haben kein seelenstein soll man abbrechen jawohl kann das sein wir haben keinen keine keine seelensteine die sind doch immer hier doch kleiner seelenstein wir hätten doch einen seelenstein wie ging denn das noch mal bin ich jetzt blöd seelenstein kann ich kann kann herstellen ok dann halt nicht wir bräuchten wahrscheinlich wie sowas aber ich möchte jetzt hier und gern irgendwas stehlen deswegen gehen wir mal rüber hier hoch zum jahr oder warum gehe ich immer mit der tabtaste hier rein man weiß es nicht ja wir könnten noch mal alchemie machen pass auf wir haben aber eine neue stufe und auch hier wähle ich erneut ausdauer zack jawohl und ich würde natürlich gerne opala nein ich würde natürlich gerne weiterhin schießkunst mal gucken ob wir da schon was machen können erfordert 40 erfordert 60 wir können hier wahrscheinlich nichts machen ruhige hand ne kommen leider noch nichts machen dann schleichen da gucken wir noch mal rein so erfordert 40 du bist beim schleißen beim schleißen 30 prozent schwerer zu entdecken lautlose bewegung erfordert 30 ach so das haben wir schon gehen wir mal darüber heimtücke schleich angriffe mit anderen waffen verursachen den sechs fachen schaden das wollen wir nicht du löst keine druckplatten schalter aus okay das ist für fallen das ist im prinzip auch nicht schlecht aber ich glaube dann nehmen wir nehmen wir das jedoch für den einen punkt 30 prozent schwerer zu entdecken ist auf jeden fall nicht uncool so dann mal hoch zum jahr ich kenne euch doch wir haben keine zeit für formalitäten genau haben wir nicht wieder einmal eure hilfe ich möchte dass ihr ihr begleitet und ihr helft gegen diesen drachen zu kämpfen ihr habt helgen überlebt das heißt ihr habt mehr erfahrung mit drachen als alle anderen hier das ist nicht sehr beruhig ich habe nicht vergessen welchen dienst ihr mir erwiesen habt indem ihr fahren gar den drachen stein besorgt hat als zeichen meiner anerkennung habe ich aber nicht hier angewiesen dass ihr nun dazu befugt seid hier in der stadt eigentum zu erwerben und bitte nehmt dieses geschenk aus meiner persönlichen waffen kammer entgegen hoffentlich ist es ein bogen ich würde diesen drachen nur zu gerne beschlagene rüstung des starken knappen hinzugefügt okay kann es mir nicht leisten ja halt mal kurz die klappe beschlagene rüstung des starken knappen gewicht 6 okay also ziehen wir doch direkt mal an so warum haben wir keine handschuhe mehr an ich habe keine handschuhe mehr an habe ich die verkauft ich habe die entzaubert wo bin ich blöd ja das war das war ungeschickt okay sei es drum wir haben halt mal keine handschuhe ich möchte dass sie hier bleiben darüber nachdenkt wie wir diese stadt gegen die drachen verteidigen können so wie wir sprechen sobald sich die restlichen männer gesammelt haben das ist kein himmelfahrtskommando gut wir treffen uns beim wachsturm sobald die anderen hansels sich gesammelt haben dann sollen die das mal tun wir müssen jetzt hier noch mal noch mal raus und noch mal ein bisschen gewicht loswerden vielleicht noch mal das eine oder andere einkaufen als wir wir dürfen jetzt besitz erwerben das habe ich jetzt noch nicht gemacht weil wir vermutlich viel zu wenig geld haben um besitz zu erwerben hier in der stadt deswegen verschieben wir das auch später aber das werden wir auf jeden fall tun weil so ein haus echt unheimlich praktisch ist da können wir nämlich ein paar sachen lagern und müssen nicht immer alles mit uns herumschleppen und haben einen zufluchtsort das ist super wir gehen jetzt erstmal hier in den gemischtwaren laden und versuchen da mal noch ein bisschen zeuglos zu werden hallo mein freund das ist schön wir wollen haben erstmal interesse daran irgendwas zu verkaufen sortieren dass man nach wert so ich weiß gar nicht diese steine die brauchen wir für irgendwas nur deswegen behalten wir nie mal hier haben wir also nichts was verkaufen wollen aber wir haben bücher das ganze haben das ganze haben das ganze haben so den rest behalten weil da kriegen wir nichts für schriftrollen rolle der harmonie in der nähe befindliche kreaturen personen bis stufe 12 kämpfen 60 100 nicht ganz haben gesteigerte ausdauer zaubertrank der stärke tragfähigkeit wird 300 sekunden lang und 20 punkte erhöht okay das behalten wir mal das sind immerhin fünf minuten blitzresistenz warum sowas frostresistenz gesundheit starke ausdauer das schmeißen wir mal weg zaubertrank der tarnung das behalten wir mal zaubertrank der heilung frostbissgift das kannst du haben geringe ausdauer die kannst du auch alle haben magiker kannst du haben kleine heilung gift des schwachen leidens das kannst du auch alles haben so den rest würde ich aber auch mal behalten jetzt kommen wir zu den interessanten sachen die verkaufen wird der verkäufer besitzt nur noch 130 gold nein dann verkaufen wir das und das okay dann müssen wir mal schauen was er zum zum kaufen hat er zauber bücher die sind natürlich super das kaufen auf jeden fall das kaufen wir auch den rest kennen wir schon so dann können wir jetzt erst noch mal wieder ein bisschen was verkaufen zumindest und zwar die die nicht schade aber den und den und dann gucken wir mal auch für sonst noch irgendwas von ihm kaufen wollen würden wie zum beispiel alchemie zutaten hat er nicht schade pfeile orkischer pfeil kann man eigentlich nie genug von haben und wir kaufen ja noch mal können wir ihm eigentlich die eisen pfeile verkaufen ja da kriegen aber nichts für na gut dann gucken wir hier noch mal dann nimm doch bitte mal die hier und 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 das hier und den auch und das auch so das macht unser inventar nämlich mal ein bisschen übersichtlicher das kannst du auch haben ja kommen wir noch ein gutes geschäft gemacht wir haben die beiden zauber bücher noch die lesen jetzt auch mal gerade so du kennst bereits flammen ich kannte flammen bereits das ist natürlich blöd wieder ich würde euch sogar für manche ist es ja so für mich sind es schätze halt hier so dann genau kauft das doch mal zurück okay das war super denkt daran ich tue alles um euch die besten geschäfte zu bieten stehlen von kommode näher wir wollen nichts stehlen haben wir uns bei dem eigentlich schon umgeguckt die ganzen bücher sehen so aus als ob wir schon alles gelesen hätten sieht fast so aus okay dann raus hier raus hier und dann gehen wir mal hier zu akarias kupferkessel ja hallo könnte sich um eine ataxie handeln ich möchte als chemie trainieren ja ich bin ein alchemist genau ah guck mal hier perfekt ach so ne warte mal so okay wir können hier an deutsch nichts loswerden wir können hier nur ein paar sachen kaufen alchemie klamotten kaufen das will ich aber gerade gar nicht wir gehen noch mal auf ans alchemielabor und gucken mal ob wir zutaten hier einfach irgendwas herstellen können fehlgeschlagen okay lasst es mich einfach wissen wenn ihr eine frage habt okay dann probieren wir das mal so hier geschlagen warum warum also hier und so ja guck mal da hat er was gekriegt dann stellen wir das mal her so die hier geht auch nicht so kann er damit was machen ja perfekt so dass das viel geschlagen aber das macht noch frostresistenz sollten wir alles nutzen das habe ich nun mal zum testen gemacht alchemie beenden jawohl so dann gucken wir mal auf jetzt noch ein paar tränke hier loswerden können bitte entschuldigung ich habe mehrere elixir was habt ihr zu verkaufen ist genau das hast du völlig richtig erkannt so blitzresistenz frostresistenz ach die brauchen wir eigentlich alle nicht noch kommen wir verkaufen die resistenz dinger hier mal eine heilung tarnung beschwörung verstärken die brauchen auf jeden fall nicht so frostresistenz die verkaufen wir alle ja der rest ist eigentlich ganz cool deswegen behalten wir das haben wieder ein bisschen geld gemacht ja dankeschön du auch so haben wir ja ich auch schon auch schon alles durchsucht sie hat uns nicht entdeckt ich bin mir nicht sicher ob die jetzt irgendwann wieder abhaut so wir könnten taschendiebstahl machen pass auf ich speicher gerade mal wir müssen taschendiebstahl ja auch irgendwie mal hinkriegen so wir könnten gold klauen ok wir versuchen die mal zu besänftigen kommen besänftige dich ok ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken meinst du nun ja ist wohl weggelaufen absolut so dass wir statt sagen pass auf wir probieren mal unser glück hier an der statule das ging schnell ok jetzt haben wir hier perfekt zack für macht gold 111 silberbahn nehmen wir auch geben an den kleiderschrank gucken da ist ein gut drin den wollen wir nicht ok sie ist immer noch böse auf uns was ein bisschen blöd ist schleichen verbessert das ist aber auch cool so wir warten jetzt gerade noch mal bis hier hier versteckt sind ist das habe ich mir wohl bloß eingebildet lass die finger davon auch frau hörte auf damit ich werde meinen kopf mit bezahlen ich ergebe mich bringt mich ins gefängnis na gut ich bezahle mein kopfgeld ok haben halt unser kopfgeld bezahlt ist dann halt so so jetzt stelle ich mir allerdings gerade die frage haben wir denn jetzt weniger gold hat man uns das alles abgenommen was jetzt geklaut haben offensichtlich nun na gut na gut na gut ja klar ok das hat nicht so gut funktioniert was auch wir probieren aber hat diese dieser taschen die diebstahl lavendel 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 so das sammeln wir alles ein mal so entdeckt von wem entdeckt ne immer weiter entdeckt von wem denn hier ist überhaupt keiner so pass auf taschendiebstahl ah das war relativ blöd dass wir die frau jetzt da verärgert haben tut mir leid ich muss noch mal laden ja das war relativ dumm dass sie uns da erwischt hat schlüssel zu akadias kupferkessel ah das problem ist ich würde so gerne dieses gold haben ok hat wohl wenig sinn dann lassen wir das mit dem taschendiebstahl bei dir mal das ist natürlich ärgerlich das sollten wir vielleicht irgendwo bei irgendwelchen leuten machen die nur halb so klug sind aber wir wollen auf jeden fall hier die schatulle mal öffnen schon wieder nicht ok eben was auf der seite verdammt komm schon nein so haben wir mehr die trischer verbraucht na gibt's das denn ok offensichtlich nicht ganz so weit ja so das nehmen wir auf jeden fall mit dabei hat sie uns nämlich nicht erwischt und das ist doch auch in etwa ein bisschen schön hallo na ich habe nichts getan tschüss auch das ist ein skillbuch perfekt alchemie verbessert dankeschön ach so ja ich blätter das mal gerade eben durch für die leute die das lesen möchten das hätte ich jetzt fast vergessen so es geht um alchemie um kräuter mit bildern da hat man sich mühe gemacht das lesen wir auch noch mal eben stehlen werden wir das nicht ja und dann wieder raus hier ne perfekt so jetzt gucken wir gerade mal in unser fest log was müssten wir denn hier machen trifft dich mit ihr lädt in der nähe des westlichen wachtturms das ist die drachen quest nur die verbotene legende halt stopp bringen nässelfluch und ein besitzt und hier haben wir das machen erstmal nicht wir folgen jetzt erstmal der haupt quest so hier geht es raus wartet ich kenne euch doch halt die fresse was ist denn könnt ihr den anblick einer starken nordfrau nicht ertragen doch doch so gucken wir mal ob wir noch irgendwas verkauft kriegen offensichtlich nicht okay wir müssten auf jeden fall ich schaue gerade noch mal auf die uhr okay ja wir müssten uns quasi dann mit der lese mal treffen um den drachen zu bekämpfen und das machen wir in der nächsten folge wenn euch das gefallen hat dann lasst mir gern ein däumchen da schreibt mir in die kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten folge von skyrim wieder bis dahin tschau bis dahin tschau